Ja, hallo Leute. Wir sind wieder unterwegs. Heute nochmal in Sachen Mergelgrotten, Mergelhöhlen. Aber ein bisschen anders wie sonst und wie ihr es gewohnt seid. Heute fahren wir nach Falkenburg und dann schauen wir uns in den Mergelgrotten einen Weihnachtsmarkt an. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Send it to us, we pray, cast out our sins and enter in, be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell, O come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. For Christ is born of Mary, and gathered all above, While mortals sleep, the angels keep their watch of wandering love. O morning stars together, proclaim the holy birth, And praises sing to God the King, and peace to men on earth. So, das war unser kleiner Besuch auf dem Weinsmarkt von Falkenburg. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Wir fanden es schön. Ja, sehr schön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Feiertage. Tschüss. Schöne Feiertage. Schöne Feiertage. SKA Untertitelung des ZDF, 2020